Meine sehr verehrten Herrschaften, hier präsentiere ich Ihnen jetzt also den Taurasi Feodi di San Gregorio, Jahrgang 2015, wie von Ihnen bestellt. Bitte sehr. Diesen schönen Rotwein haben wir also gestern käuflich erstanden und ich lese euch mal eben das Etikett vor, weil das ist sehr informativ bei dem. Und zwar erfährt man schon, dass der Wein Taurasi heißt, was im Übrigen die Gemeinde ist, wo er in Kampagnen hergestellt wird. Das ist nämlich eine Genossenschaftskellerei. Das heißt, die umliegenden Weinbauern liefern ihre Alianico-Trauben in die Kellerei und die stellt dann den Taurasi her. Ebenso erfahren wir, dass er Feodi di San Gregorio heißt und Jahrgang 2015 ist, also sieben Jahre alt. Das lässt sich doch schon ganz gut an. Hier oben erfährt man an der Banderole, dass es ein DOCG-Wein ist. Ist also, wie hinten auch nochmal ausgeschrieben steht, die Klassifizierung, die italienische Weinklassifizierung, Denominatione di Origine, Controllata e Garantita, also ein kontrollierter und garantierter Qualitätswein. Wir erfahren hier, dass es ein italienisches Produkt ist. Oh nein, Kampagnen liegt in Italien, wenn ich das gewusst hätte. Dass er Sulfide enthält, dass er 750 Milliliter enthält, was immer für uns zwei zu wenig ist, aber mein Gott, macht mal Literflaschen mehr. 14 Volumenprozent hat er und dicke Leute dürfen ihn nicht trinken. Ja, im Klappentext steht dann auch noch sehr informatives Zeug, was ich euch schon erzählt habe. Er liebt Vulkangestein und Vulkanboden und eben deswegen ist er in Kampagnen sehr gut aufgehoben und wird da zu seinem größten Wein verarbeitet. So, das war das. Wenn ich vom Christopher das okay kriege, dann machen wir ihn auf. Okay. Jetzt werden wir mal schauen, ob der innen so gut ist, wie er außen ausschaut. So, in der Säcksche. Eventuellen Staub entfernen, bitte. Oder was da so sich drunter befindet unter der Kapsel. Mit elegantem Schwung drehen wir den Korkenzieher hinein. Und mit sanftem Krafteinsatz entkorken wir das Ding. Oh, riecht vielversprechend. Ja, so dies und das kann man da schon erahnen, dass das ein feines Weinchen wird. Gut. Und wie gesagt, robe Tannine wollen wir nicht gern haben. Also, lüften wir das Weinchen. Lüften heißt, wir kippen es um in eine andere Flasche und zwar ruhig schwungvoll. So ist das wunderbar. Die Oberfläche des Weines verbrössert sich enorm. Er fließt nämlich über die ganze Fläche der Flasche rein und hat jede Menge Sauerstoffkontakt. Genau das ist erwünscht. Bei dem, ich habe vorher extra geschaut, er hat keinen Satz drin, kann ich also bis zum letzten Schluck eingießen. Sollte ich dekantieren, gieße ich mit wenig Schwung. Und ich gieße nur bis hier, damit der Satz hier in der Schulter der Flasche hängen bleibt und nicht über den Hals dann noch rausgespült wird. Der lüftet jetzt schön vor sich hin. Er braucht jetzt seine Zeit. Muss sich ja wieder sammeln jetzt. Ist ja jetzt ganz aufgebracht und aufgewühlt. Das wollen wir ja auch nicht. Wir möchten ja, dass er sich jetzt schön da beruhigt mit Sauerstoffkontakt. Dass er bei richtiger Temperatur steht. Und dafür geben wir ihm jetzt mal mindestens drei Stunden Zeit. Auch nicht länger als einen Tag, weil dann ist er auch wieder hin. Aber drei Stunden ist gut. Also bis später. Meine Lieben. Es ist Zeit. Drei Stunden sind vergangen. Was auch immer ihr in dieser Zeit getan habt, habt es genossen, hoffe ich. Christopher hat für uns gekocht. Es gibt ein opulentes Mahl. Und dazu, aber vorweg, verkosten wir jetzt das Weinchen noch. Ihr erinnert euch, der Taurasi. 100 Prozent, äh, wie heißt es? Galea-Traube. Wie heißt es denn? Ja gut. Mein Chef sagt immer, er mag nicht diese kleinen Probierschlucke. Schenkt ordentlich ein, sagt er. Danke schön. Bitte schön. Jetzt werden wir gucken, mit die Augen zuerst, gell? Ist der Wein klar? Ja, dieser Wein ist klar. Keine Trübung zu sehen. Ist der Wein... Ist der Wein... Na? Da fehlt was. Was? Ja, ist das, wenn man Zeitung durchlesen kann. Transparent. Ja, die fehlt. Danke. Musst du gleich bemängeln bei deinem Grafiker. Die ist ja viel wichtiger noch, als ob der... Trans... Transparenz fehlt. Ist nämlich... Du musst mit ihm sowieso nochmal überarbeiten. Ja. Ist nämlich gar nicht... Weil guck schick. Ist gar nicht transparent. Kann man nämlich überhaupt nicht durchgucken und schon gar nicht durchlesen. Aber was er tatsächlich hat, ist ein strahlendes Rubinrot. Aber man erkennt sein Alter, sieben Jahre, wie gesagt, an den leicht bräunlichen, aufgehellten Rändern, die man da hat. Ein Glas. Ja, habe ich. Er sitzt gut vor seiner Schürze. Gut. Vielleicht kann man das hier auch sehen. Rubinrot, habe ich gesagt. Also, kristallklar, weil er ist ja filtriert. Kristallklar. Transparenz, nö. Farbe Rubin. Leicht aufhellend. Leicht aufhellend. Bräunliche Ränder. Wichtig, wichtig. Ist ein gutes Qualitätszeichen in dem Alter. Bräunliche Ränder. Konsistenz. Konsistenz, meine Lieben, sieht man, wenn man den Wein einmal in Glase dreht. Wohlgemerkt nicht schwenkt, sondern nur dreht. Langsam. Und dann schaut, wie er runterfließt. An der Glaswand. Und das tut er mit wunderschönen, kleinen, schmalen Kirchenfenstern. Man sieht oben richtig einen Rand, den er bildet. Wo er dann startet, runter zu fließen. Und das bedeutet, er ist natürlich konsistent. Daraus kann man dann Rückschlüsse ziehen, aber das ist mir jetzt zu... Genau. Perlage ist nicht da, ist kein Schaumwein. Dann dürfen wir schnüffeln. Einmal riechen. Dann endlich den Wein im Glase drehen. Und nochmals riechen. Und ich muss sagen, zuvorhin hat der Wein sich gefunden. Also das hat sich definitiv gelohnt. Oh je, hat sich das gelohnt. Den zu luften. Vorhin beim, ja, beim Probierschluck, da habe ich gedacht, oh, ist der handig, ist der hart und zart. Aber jetzt ist er, er ist ruhig im Glas. Er ist, er hat eine ganz tolle Frucht, die hochkommt. Er hat schöne, eingebaute Tertiäraromen, so nach Tabak, bisschen Schokolade, bisschen Würze. Alles wunderbar. Ein ganzes schönes Paket, was zusammen gehört, was zusammengeschnürt ist. Nichts Aufdringliches, keine Fehlnote, kein gar nichts. Aber ein schönes, breites Spektrum an Gerüchen, die da sind. Intensität ist genügend intensiv, weil, wenn ich jetzt an unsere schöne Zeit des Glühweins zurückdenke, da haben wir oft bei meinem Vater im 25 Grad heißen Wohnzimmer gesessen und haben einen 25 Grad heißen Chianti oder weiß ich nicht was, große Weine getrunken. Oh je, die haben einen erschlagen nach dem ersten Glas. Die waren natürlich wesentlich intensiver dann. Dieser hier ist genügend intensiv. Komplex ist er. Komplex heißt, wie viele verschiedene Gerüche habe ich denn überhaupt? Und da sind einige da. Qualität ist fein. Also es ist nichts, wo ich sage, das stinkt. Beschreibung. Haben wir natürlich eine tolle Frucht, also er ist fruchtig, er ist natürlich blumig, er ist würzig, er ist, was habe ich gesagt, vegetal. Ja, so ein bisschen so Laub, würde ich sagen, Herbstlaub. So trockenes Laub, das im Wald rumliegt. Äh, was? Ah, vegetal. Und auch ein bisschen tierisch, aber, ja. Ja. Nein, eigentlich nicht. Gut, was riechen wir denn? Es ist schwierig. Ja. Doch. Warum? Ich habe jetzt nicht sofort, ich habe ihn irgendwie so ein bisschen ansetzt, aber mir käme jetzt nicht sofort, was in den Sinnen, wie es sonst oft so ist. Na ja, es sind Waldbeeren auf jeden Fall, so Blaubeeren, ein bisschen Brombeere, Walderdbeere, frische Früchte. Brombeere merke ich schon ein bisschen. Waldbeeren, Brombeere. Aber auf mehr auffallen tut die Würze. Hm, die Lakritze. Pfeffer. Zwiebel so ein bisschen in der Nase. Wacholder. Oh ja, mein lieber Wacholder. Das ist meine Spezialität, den finde ich gerne in solchen Weinen. Gut, soll uns reichen. Ich möchte gerne kosten. Ja. Der verträgte einen Schluck zum Eintrinken. Wie kommt es dir vor? Er ist gut. Aber es ist schon noch ordentlich. Mhm. Schleimhäute weg machen. So, ich habe mir gerade vorgeschrieben. Also, Zucker. Das heißt, ist der Wein süßlich? Ist er trocken? Ist er halbtrocken? Ist er pappsüß? Ist er ein Dessertwein? Dieser Wein ist? Rot. Zucker? Nein. Nein. Kein. Nicht ein Milligramm. Wenn, dann minus 5 Milligramm. Also, der ist wirklich trocken. Alkohol? Ja, hat er. Ja, wir haben ja gespickt, 14 Volumenprozent. Merkst du es im Hals? Das warm wird? Vor allem in den Ohren. Ah, er merkt es in den Ohren. Ja, natürlich. Ist, äh, weich. Nicht weich. Warm. Was schreibe ich denn? Da habe ich genau umgekehrt geschrieben. Ei, 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 ei. Dieser Anfänger wieder. Also, Alkohol, ja, er ist warm. Hat 14 Volumenprozent. Ab 13 Prozent merkt man im Hals. Ist warm. Okay. Mehrwertige Alkohole. Sieht man erstens hier als diese Kirchenfenster auch. Und das macht die Weichheit vom Wein dann aus. Die Fülligkeit vom Wein. Ist hier, ich würde sagen, genügend weich. Der ist eben überlagert von diesen extremen Taninen. Er ist nicht dafür gemacht, weich zu sein. Er ist genügend weich. Mehr nicht. Ja, ich mag das voller. Ja. Der hat so richtig... Dann haben wir die Säure. Trotzdem er ein gereifter Rotwein ist, hat er immer noch eine frische Säure. Tannin ist deutlich merkbar. Ist auch wirklich noch nicht am Ende seiner Reifestruktur angelangt, würde ich mal behaupten. Da geht doch noch was. Ist noch astringierend. Mineralsalze. Dürfte man vermuten, weil er kommt ja von Vulkangestein. Ich glaube schon. Ich weiß es nicht. Also ich würde sagen, genügend saftig. Wenn du ihn jetzt mit einem Weißwein aus der Gegend vergleichst. Nee, er ist genügend saftig, würde ich sagen. Dann haben wir das Gleichgewicht. Irgendwas im Geschmack, was stört? Im Geschmack? Nee. Nö. Er ist ausgeglichen. Säure, Zucker, Alkohol ist alles im Rahmen. Ist nichts, wo man sagt, oh, da ist viel zu viel, da ist viel zu wenig. Nee, alles wunderbar rund. Intensiv ist er. Naja, ich denke mal genügend intensiv. Ja, er ist tatsächlich gar nicht mal, aber das ist auch sehr angenehm. Aber er hat sowas, witzigerweise hat er sowas Leichtes mittendrin. Ja, also er ist höchstens mittelgewichtig, würde ich sagen. Eben auf diese großen, schweren Weine drauf gedacht. Dauerhaft ist er schon, ja. Anhaltend. Da achte man drauf, wenn man geschluckt hat, was passiert hinterher? Habe ich noch angenehmen Geschmack, der wiederkommt? Ja, genau. Was habe ich vorher gegessen? Auch immer ganz wichtig. Qualität ist fein, würde ich sagen. Keine Fehler da, weder im Geruch noch im Geschmack. Allgemeine Struktur mittelgewichtig. Dann wenden wir das Blatt. Das Blatt hat sich gewendet. Ist er harmonisch? Passt, was ich sehe, was ich rieche, zu dem, was ich schmecke? Ja, vollkommen. Absolut. Bei dem Preis auch wünschenswert. Der ist harmonisch. Entwicklungsstadium. Ja, ich würde mal sagen, er könnte schon noch. Er ist trinkreif, sehr schon. Aber man kann ihn ruhig auch noch ein bisschen ruhen lassen. Er hat ja auch noch eher so die knackige Frucht und nicht schon irgendwie Marmeladentöne oder so. Bemerkungen, Anregungen? Deine Lieblingsfrage? Ja, aber was essen wir denn dazu? Erster. Ein schöner Rähbraten. Ein Hasenbraten. Ja. Ein Gulasch. Eine vegane Tomatensauce mit Tofu drin. Mir kommt schon vor, dass das da schon auch zu passen wird. Witzigerweise, wenn ich jetzt nicht mal, ich hab das ja schon probiert dann. Was sowieso schwer ist, gell? Ja, ja. Fenchel drin, Artischauke drin, Knoblauch drin. Richtig. Da trotzdem dazu passen. Ja. Das dürfte er her haben. Durch das Tannin. Das heißt, alles was da an Störgeschmeckern ist im Mund, wird wahrscheinlich durch das Tannin weggeputzt. Und was bleibt es der Wein? Könnte funktionieren. Ja, sicher. Könnte funktionieren. Krillgemüse. Das ist ein ziemlich italienisches Feeling gibt. Doch. So insgesamt auf jeden Fall würde ich mal behaupten, ist das kein Anfängerwein. Nichts für Safttrinker, sondern für Leute, die sich bewusst sind, dass Wein anders schmecken soll als Traumsaft. Und die genügend Speichelfluss haben, um dieses hantige Tannin auszugleichen. Christopher und ich, wir sind Fan von... Fans von... Eier. Okay, na dann, zum Wohle ihr Lieben. Prost. Oke. Aber das ist ein bisschen Vielen Dank.